hey ich habe mir heute mal was zu essen gestellt und zwar zweimal hamburg das sind nicht einfach nur hamburg das sieht ja mal richtig lecker aus das ist sogar mit salat das sind sogar ich meine ich kenne nur hamburg da kriege ich auch nur hamburg bei anderen lieferdiensten und hier habe ich jetzt pommes dabei schlecht sind die auch nicht liegt doch gut in der hand hat man ja doch was geboten hier für sein geld der ist richtig lecker für einen bürger hier bezahle ich fünf euro 50 habe ich kann es dabei noch mal allerdings und woanders bezahle ich glaube ich 6,50 euro und da bekomme ich nur einen bürger noch nicht mal irgendwas dazu hier jetzt für ganze 5,50 bürger ein mann hammer dazu priege ich so einen schönen kaffee perfekt kaffee weiß ich dabei musste mir selbst machen aber schon in ordnung bei so einem fandenböger reinbeißen damit ihr seht dass in dem zweiten auch dasselbe drin ist hier ist ketchup dabei aber auch wieder viele pommes und verderböger ich bin es ja eigentlich gewohnt dass lieferdienste sehr teuer sind wenn ich immer so höre dass woanders pizzen vielleicht noch billiger sind also hier in der gegend bezahlt man schon sehr viel für sein zeug was man sich liefern lässt und da finde ich den bürger hier gerade eigentlich völlig in ordnung für das geld was man bezahlt ich hoffe ich habe euch schon hunger machen können und hier wollte ich jetzt auch was zu futtern also dann ja mach ich euch mit dem video hier und wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem anderen video hoffentlich wieder wenn ich dann wieder mal zocke bis dann tschüss